So, herzlich willkommen auch von mir. One, two, three, four, jetzt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stefan Becker ist mein Name, ich bin ursprünglich aus Schmelz, hört bestimmt der eine oder andere. Kann ich nicht verbergen. Und da es ja hier um TTIP geht, ich habe halt in Anführungsstrichen nur meine eigenen Songs dabei, ich spiele nichts nach. Ich habe einen Song, der heißt Wachse heilige Wirtschaft und das zu TTIP passt ja eigentlich am besten als Eröffnungs. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles noch eine Stagnation. Bis der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstum's Wahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles noch eine Stagnation. Bis der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstum's Wahnsinn um. Wirtschaftswachstum hier und da, höher, schneller, weiter, wunderbar. Wirtschaftswachstum zieht uns aus dem Sumpf, alles im Griff, so sagt man uns. Wachse, 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 heilige Wirtschaft, alles noch eine Stagnation. Bis der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstum's Wahnsinn um. Wachse, 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 heilige Wirtschaft, alles noch eine Stagnation. Bis der Mensch erst mal erwacht, ist mit dem Wachstum's Wahnsinn um. Oh, das willst du denn doch nicht und überhaupt Das will eh nie geschehen, das regelt der Markt Ist es denn nicht längst so weit Das gemeinsame Logo fehlt, das ist die Wirklichkeit All dein Streben von der Masse abzuheben Dient nicht dir, Mensch, lass dir das nicht anreden Die Masse ist der Mensch, das ist nix Schlechtes Wir alle gemeinsam, schon zu lang getrennt jetzt Wachse, wachse, heilige Wirtschaft Alles, nur keine Stagnation Ist der Mensch, er ist mal erwart Ist mit dem Wachstums Wahnsinn Wachse, wachse, heilige Wirtschaft Alles, nur keine Stagnation Ist der Mensch, er ist mal erwart Ist mit dem Wachstums Wahnsinn Wirtschaftswachstum ist keine Lösung Das Hamsterrad nur, seid ihr wirklich so dumm Nächst grad mal nix, so weit seid ihr schon Zweifel ihr an euch selbst, macht ihr mein Ende nun Der Mensch ist nicht gewohnt fürs Wirtschaftswachstum Wir selbst wachsen durch eigene Erfahrungen Nicht immer schmerzfrei, doch so geht's jedem Das verbindet uns Wir sind nicht so verschieden Wachse, wachse, heilige Wirtschaft Alles, nur keine Stagnation Ist der Mensch, er ist mal erwart Ist mit dem Wachstums Wahnsinn Wachse, wachse, heilige Wirtschaft Alles, nur keine Stagnation Ist der Mensch, er ist mal erwart Ist mit dem Wachstums Wahnsinn Hoffentlich, endlich, bald mal um Dankeschön Ja, ich möchte einfach auch ein bisschen an die Eigenverantwortlichkeit appellieren Glaubt einfach diesen Mist von dem ganzen Wirtschaftswachstum Geschichte nicht Innerhalb eines begrenzten Ökosystems ist unendliches Wachstum einfach unmöglich So Und wenn wir beim Thema Eigenverantwortung sind Was ich auch noch sagen möchte Es kann heute keiner von uns mehr sagen Auch die, die alle vorbeilaufen Die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben Es kann keiner von uns mehr sagen Wir wussten von nichts Und auch wenn die Medien verschiedene Sachen nicht bringen Im Internet ist alles einsehbar Und ich glaube, das gehört einfach dazu Dass man selbst hinschaut Und darum geht es auch in dem nächsten Song Du bist nicht allein, warst es nie gewesen Wir sind der Mensch, mein einziges Wesen Du bist nicht allein, warst es nie gewesen Wir sind der Mensch, mein einziges Wesen Du fragst dich bei all den Verschwörungsgeladen Wo sind denn die Bösen Die alles planen, die alles planen Noch kannst im letzten Fast alles finden Kannst dir ne eigene Meinung bilden Das kann doch nicht sein Eine Weltregierung Und ne Handvoll Menschen verkaufen Alle für den Ein einziges Wesen, das kann nicht geschehen in deiner Welt, da sind alle ehrlich. Grad wenn's geht ums Geld, Verschwörungsidioten, lasst mich doch in Ruhe, geisteskrank seid ihr und hol noch dazu, wir sind hier im Leben, nicht in einem Film. Erzähl doch dein Märchen, nem Anderen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen, wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Sei achtsam bei Neuem, es könnte dir wehtun, doch schau auf das Alte, geht's dir wirklich gut, Mann? Wenn nicht, dann bist nur du in der Lage, alles zu ändern. Du darfst nicht verzagen, ich will nicht überzeugen, glaube selbst lang nicht alles. Nimm dir ein paar Wochen, die selbst auf was dran ist. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen, wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen, wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Dankeschön. Applaus Okay. Dann, soll ich noch einer machen, oder? Ja. Du hast ja gleich noch Fortsetzungen. Ja, mega. Da machst du noch. Hinterher. Kein Problem. Und dann machen wir jetzt unseren nächsten Redner, das ist der Professor Dr. Heinz Bierbaum, der ist heute hier.